hallo und herzlich willkommen zum neuen video wir eröffnen auch am heutigen mittwoch 14 dezember 2022 das türchen vom adventskalender beginn macht wie immer der penny adventskalender der erste so man sieht schon es ist ein auto was da zum vorschein kommt bei dem zweiten penny adventskalender müssen wir runter gehen und was kommt da jetzt so ihr seht ihr schon was da kommt so wird es dann aussehen hier beide minions sehen es ja sowohl im penny als auch im aldi gehabt ich aber aus dem penny hatte müssen wir das türchen öffnen dann wissen wir es etwas verspätet wenn man es nicht erkennt sage ich nur es ist nämlich ein stiefel bei dem kaufland-adventskalender kommt jetzt was richtig erkannt es kommt eine lokomotive zum vorschein hier bei dem häusland-adventskalender müssen wir runter gehen was kommt da außer mehr schokolade so man kann erkennen es ist ein mond so hier bei dem aldi adventskalender müsste ja dasselbe rauskommen hier drüben bei den minions nämlich der verspälte stiefel und damit sage ich jetzt mal bitte like das video lasst ein abo da wir sehen uns dann morgen das video